So, weiter geht's. Hier darf nicht geraucht werden. Wir sind auf dem Bahnhof. Sind wir jetzt hier bei Counter-Strike? Was meinst du? CS-Strike? Ah, da, der Schaffner. Hast du den Schaffner gesehen? Nö. Der schießt. Ich fahre in Japan nicht mit der Bahn. Die Schaffner haben Schusswaffen. Ja, falsch. Die Schwarzfahrer werden bestraft, ne? Ja, bleib doch auf einer Seite. Warum kommst du auf der, wo ich auch schon stehe? Ach, Kind. Um dir zu helfen. Nee, brauchst du nicht. Dann können die uns hier im Rücken fallen. Das ist doch taktisch nicht so sehr schlau. Komm dich da. Nicht! Der kann jetzt nicht wohl drauf schießen. Na gut. Das geht auch. Ich wollte gerade drauf schießen, wo du den genommen hast. Kannst mal sehen. Alle Scheibenputt, hinter dir! Wo ist hinter mir? Jetzt ist vorbei. Ich habe ihn schon erledigt. Ach so. Die haben wieder andere Waffen hier, ne? Weiß ich nicht. Na ja, sieht man doch, was hier an Zeug rumliegt. Ach ja, habe ich noch nicht drauf geachtet. Mitnehmen. Das tut denn, wegen Munition und so, ne? Mhm. Komm, bleib hier hinter den Waggons. Scheiße, 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 scheiße. Das war nicht gut. Oh, ich habe mich noch gerettet. Oh, oh. Ich muss tippen. Ja, ich kann jetzt nicht ganz schlecht weg. Wo tippst du denn? Ich bin mir noch hinten am Zug. Das wird nichts, wenn da lauter Leute um dich rum sind. Ne, habe ich gerade gemerkt. Da komme ich dann auch nicht durch. Nächster Versuch. Also, schön langsam, ne? Deckung suchen. Jetzt habe ich natürlich nicht die schöne Waffe. Wo wollen wir denn lang gehen? Ah, da kommt schon der Erste. Ich sehe sie. Ja, und warum kann ich... Hä? Bei mir ist gerade ein Bug. Der nimmt... Ich sehe die Waffe in der Hand nicht mehr und habe kein Fadenkreuz, nichts mehr. Ja, das Fadenkreuz habe ich schon eine ganze Weile nicht mehr gehabt. Ja, und ich sehe jetzt nicht mal... Jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Bleib da in Deckung. Geht nicht. Ja, du läufst doch aber hin und her. Ja, ich sehe aber nichts. Ich kann nicht schießen. Ich habe keine Waffe in der Hand mehr. Ist deine Maus vielleicht alle? Nö, jetzt habe ich auf einmal wieder. Hä? Der... Oh! Jetzt reicht es mir aber mit dir hier. Ich gehe zur anderen Seite. Ich brauche Munition. Wofür habe ich denn jetzt Munition gekriegt? Ah, dafür. Aha, ich habe ordentlich Munition bekommen. Gut. Ich bin hier beim zweiten Waggon. Ich stehe immer noch am Essen. Voll unter dem Schuss. Siehst du mich? Ja. Ich muss nachladen. Kommt der hier rum? Ich bin mal dir. Gut. Wir müssen uns ein bisschen die Seiten so einteilen, ne? Ach, da bist du. Jetzt sehe ich dich auch. Aber das war gut eben. Hier gibt es Munition. Ich habe die richtige Waffe. Der Tränen? Der Zug? Was ist mit dem Zug? Sniper. Wo ist der Sniper? Hat er hinten. Wofür ist der Sniper? Wofür ist der Sniper? Wofür ist der Sniper? Wofür ist der Sniper? Jetzt nicht mehr. Ich sehe ihn noch nicht. Ich habe ihn abgeschossen. Achso. Oh, jetzt geht es hier weiter. Komm. Komm, hier hinter den Beton. So, mal geguckt. Okay. Weg. Oh, hier kommen wieder ganz schön Füge. Ich konzentriere mich auf die linke Seite, ne? Was heißt linke Seite? Von rechts kommt ja auch nichts. Na, dann nimmst du mir die Mitte. Oh. Scheiße. Ich kann es nicht. Nein. Meine Deckung ist scheiße. Scheiße, hinter uns. Hinter uns. Ach da. Ich dachte, das wäre die Deckung. Schon erledigt. Sowas Blödes, ne? Ja. Habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Ja, es wird ja auch eigentlich angezeigt, wovon man, auf welcher Seite man laufen will, nicht ins Schussfeld beschossen wird. Da ist noch eine. Oh, hier haben wir Lappen. Ich bräuchte mal eine Waffe, Munition, da. So, ich hab wieder. So, ich glaub, hier geht's weiter. Vorsichtig. Da. Oh, 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 oh. Ich geh ins Häuschen. Ans Häuschen. Ah, nicht auf der Seite. Auf der Seite. Ach, da sind ja auch welche. Boah. 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 Ach, der hat ja auch gar keine richtige Deckung genommen. Sind die jetzt alle weg? Ich weiß nicht, ich glaub, wir haben alle erwischt. Gut, ich geh mal hier lang. Hier ist Muni. So, wir müssen, wir gehen mal hier rauf, ne? Macht das Sinn? Nee. Hier geht's auch nicht durch. Hier kommen wir nicht durch. Hier kommen wir nicht rüber. Ah, das Tor am Waggon. Kommst du? Ja, ich bin auch gerade von der Treppe gefallen. Ja, ich bin auch schon auf dem Weg. Du musst dich auf der anderen Seite denn hinstellen und nicht da, wo ich stehe. Jetzt darfst du dir die Finger klemmen. Quetsch. Au, 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 au. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ah, da oben drauf. Ich hab ihn. Ich hör deine Schüsse nicht. Ich hör mal nur deinen Verschluss klacken. Vorsicht. Ja, den musst du nehmen. Da komm ich nicht gut ran. Links ist noch einer. Wir sehen. Ja, dann schieß doch mal. Klick, klick. Ah, das Spiel ist aber schon... Ist ja alt. Das ist schon relativ bugfrei. Oh, hier war eine interessante Waffe. I like it. Oh, mit 281. Oh. Vorsicht, ich hab eine Flasche. Komm weg. Ja, nee, ich kann jetzt nicht weg. Ich geh da nicht weg. So. Oh, scheiße. Was? Ey. Hier liegt auch noch ein Behälter. Hinter dir, hinter dir. Ach! Warum schießt du nicht auf den? Hab ich doch. Ja, helf mir. Helf mir. Ah, hier kann man auch nur... Ah. Ich hab noch... Ich hab noch eine Flasche. Ich hab noch eine Idee. Wie gehe ich an? Oh, die ist gut. Was? Kam die Katze auf die Katze? Der Zug, wir müssen auf den Zug. Siehst du nicht... Ah, weg hier. Ich renne zum Zug. Ja, ich auch. Ich glaub, wir schaffen's. Komm. Los, rauf da. Ja. Juhu. 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 Ach, Lynch, hör doch mal auf. Ich weiß, dass es wehtut. Der halte Jammerlappen. Oh. Oh. Nicht gut. Nicht gut. Oh. Ich glaub, das war's. Ja. Ich hab' die Hände auf mich. Was, du fucking stupend? Nein. Nein, ich hab' die Englisch-Aß-Hole. Was? Nein. Nein. Nein, ich hab' gesagt, Schraube dich. Nein, ich hab' dich. Nein, ich hab' dich. Lynch rastet aus. Ja, aber wir haben erst neun Minuten. Ja. Hast du auch die Vögel-Switcher? Nein, ich hab' noch nichts eingenommen. Ich hab' bloß das Fenster aufgemacht. Ich muss dazu nix einnehmen. Ach so. Das Ray-Schnit draußen. Ich weiß. Ich hoffe, mein Auto ist jetzt wieder dicht. Wieso, war's kaputt? Das dritte Bremslicht war unnicht und da kleckerte immer Wasser durch. Uiuiui. Ab und an mal, sagen wir mal so. Aber ich hab' jetzt ein neues Bremslicht. Das ist jetzt richtig schön rot. Ich weite auf den... Oh. Oh. Das sieht nach Hubschrauber-Action aus. Ich freu mich schon. Das sieht ganz danach so aus. Da. Wieder mal ein Beleg, dass Rauchen ungesund ist. Man könnte aus den Hubschrauber-Pfeilen machen. Ja. Oh, wo bist du? Da. Ich steh' in Schusslinie. Wir müssen jetzt auf diese Hubschrauber und alles schießen, ne? Das ist ein bisschen kompliziert hier. Weiß nicht, ich hab' gerade die Kamera... Weil die Deckung hier mit der Zeit kaputt, hast du gehört? Ich hab' gerade die Kamera, ich sehe uns beide. Ja, ich nicht. Jetzt geht's los. Ja, ich hab' die Kamera... Ach, jetzt. Sind ja noch die Listen drin. Und nachladen, wenn die Pause ist. Nachladen, ne? Und wieder anvisieren. Nächste Etage. Oh, der hat ein... Der hat ein Dings hier. In dem Panzerhaus. Oh, meine Waffe ist alle. Meine auch. Oh, scheiße, ich bin froh. Wir haben... Wir haben so eine Panzerfaust übersehen. Alles klar? Hey, ich kann es gar nicht so schnell erkennen. Ja, ist doch egal. Alles aus Schießen. Hier. Oh, das gibt's doch gar nicht. Die Waffe war leer. Ja. Man wird ins Spiel reingesetzt und muss erst... Das Ding ist leer. Das ist doch irgendwie... Ne? Ja, hab ich... Da. Hier vorne haben wir offene Fenster. Bei mir am offenen Fenster. Auf meiner Seite. Visieren, weil der Hubschrauber fliegt gleich so weit rum, dass ich nicht mehr hab, die Chancen ziehen anzuvisieren. Ja, dann muss ich das versuchen. Jetzt hab ich ihn. Intervalle schießen. Auf achten, ob du eine Panzerfaust schießt. Ja. Wo? Wo siehst du? Hast du? Ne, hab ich nicht. Da, er kommt, er kommt, er kommt! Einen hab ich. Aus 21 Metern sehe ich noch einen. Ich sehe hier gar nichts. Da. Oh, anderer Hubschrauber. Nachladen, nachladen, nachladen. Hab ich, hab ich, hab ich. Gut, die Stelle haben wir schon mal geschafft. Das war's noch nicht. Oh, wer schießt da? Da. Da schießt er auch auf die Hubschrauber. Auf die Hubschrauber schießen, ne? Mach ich, ja. Ich bin tot. Echt? Ja. Oh, scheiße. Bisschen aufpassen musst du schon. Wegen, wegen erwischt werden, ne? Denn mal, wenn das zu doll rot wird, einfach mal aus der Schussfeld gehen, ne? Ja. Nachladen, wegen der Hubschrauber, und gleich wieder. Die Hubschrauber ist weg, gleich nachladen. Ich muss mich erholen. Ich da nicht. Er trifft mich nicht. Jetzt. Nachladen. So, ich muss mich verstecken. Ich nicht. Ja, meine Deckung ist kaputt. Kann aber was ab. Stirb! Hast du? Ja, ich hab nachgeladen. Ich lach doch ganz hysterisch. Hörst du das nicht? Ja, so ein bisschen ja. Hört sich eher an wie Katzen gejammer. Heiz mal auf. Oh. Guck mal, die Häuser haben unten kein Fundament. Das war noch nicht alles. Das ist ja nicht noch späbe, weil die. Hier ist ein OPG. Ich hab sie. Ich hab sie. Na klar. Deckung. Oh, ich hab eben schon etwas dunkelrot gesehen. Da ist noch irgendwo einer. Ich seh ihn nicht. Einfach raufhalten. Oh, hier auf dem Dach. Die armen Schweine. Tja, scheiß Job, wa? Bisschen tun sie mir leid. Zwei so ne... Ah! Ich... Nachladen. Oh, scheiße, mich hat's erwischt. Scheiße. Ich auch? Ne. Es ist vorbei, wenn einer drauf geht. Ich lade nach. Oh, jetzt haben wir eine gute Position gehabt. Nachladen. Wenn er hinter dem Schild ist, kannst du nicht viel machen. Ich weiß. Ich kann nicht anwiesen, er ist hinter dem Schild. Ja, ich auch nicht. Jetzt. Der ist weg. Oh, bist du aber knapp bei mir gerade. Ja? Mich hat er gar nicht getroffen. Ist manchmal komisch, ne? Ich glaub... Ich glaub, wir haben's... Wir landen gerade. Und, Hopsi. Spring ab! Buffering. Gut, dann machen wir an der Stelle gleich eine Pause, ne? Ja. Erwarten wir noch den Text hier ab. Genau, genau. Oh, es tut mir leid. Sind Sie okay? Ja. Ich glaube so. Kannst du gehen? Ich kann den Weg immer. Bis nachher. Bis später. Alle wieder, Archie.